Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin ja fast da, das ist ja ein entspannter Tag heute, ne? Oh, Baustelle, ich mag ja Baustelle, super Arbeit Jungs, super Arbeit, Daumen hoch! Aber ich muss ja auch sagen, das ist ja ein bisschen zu laut. Ich sag mal vor, wir fahren mal dahin, wo es ein bisschen ruhiger ist, ok? Gucken wir doch mal, den wir so haben. Oh! Hallo! Nein! Geh nicht weg, Frau Strauß! Du siehst großartig aus heute! Bist du schön! Ich hab ja gehört, hier soll auch noch irgendwo eine Baustelle sein. Ich schlag vor, dass wir mal gemeinsam gucken. Bye-bye! So, dann gucken wir mal, ob hier jemand arbeitet. Ah, ich seh schon diese Baustelle. Ach, die machen gerade Pause! Hey Jungs! Das sieht ja mal entspannt aus! Da komm ich gleich mal dazu. Warum nicht? Eine kleine Pause. Haben wir uns doch alle irgendwie verdient, oder? Hier arbeitet schon, hab ich ja gar nicht mitbekommen. Tja, das hat eine Zero-Mission-Baustelle hier. Im Sehnsfall, unglaublich leise, aber dabei 100% Leistung. Hier, der Bagger, eines unserer neuesten Produkte. Gucken Sie sich den mal an. Da hat hinten ganz schlanker Abmessung. Zero-Tail nennt sich das. Und der belädt hier gerade den Kettendampfer. Der wird sehr gerne in Innenräumen eingesetzt. Der hat nämlich ebenfalls sehr kompakte Abmessungen. Und die beiden da, die Platte und der Stampfer, die teilen sich einen Akku. Es ist sehr bedienerfreundlich. Und da hinten, das ist unser Radlader. Bis zu 5 Stunden schafft er mit seinem Akku. Volle Power hat er. Genauso wie der Radjumper, der da gerade ankommt. Hallöchen! Sehr leise unterwegs. Schon beeindruckend, wie ich finde. Ich muss da jetzt leider los. Aber ich schlage vor, sie bleiben einfach noch ein bisschen. Und genießen die Stille. 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 Untertitelung des ZDF, 2020